Mein Name ist Susanne Mule, ich leite hier in der Stiftung Berliner Mauer das Projekt Erinnerungsort Checkpoint Charlie und mit dem Checkpoint Charlie sind wir tatsächlich schon am Ort des Geschehens. Heute vor 60 Jahren, am 17. August 1962, entscheiden sich zwei Junge aus Berliner spontan, eine Flucht über die Berliner Mauer zu wagen. Helmut Kuhlbeik und Peter Fechter. Schon seit längerem haben sie sich mit Fluchtgedanken getragen und die Grenzanlagen erkundet, aber ohne feste Pläne oder konkrete Vorbereitungen. An diesem Tag haben die beiden 18-jährigen Bauarbeiter nicht weit vom Grenzübergang in der Friedrichstraße eine Möglichkeit entdeckt, in den Grenzstreifen in der Zimmerstraße zu gelangen. Ihr Weg führte damals durch eine Tischlerei in einem Ruingebäude an der Schützenstraße, deren rückwärtige Fenster direkt zum Grenzstreifen hinausladen. In ihrer Arbeitskleidung fallen sie in der Tischlerei gar nicht auf. Sie finden dort einen Lagerraum mit einem Fenster, das noch nicht zugemauert ist. Und dort warten sie zunächst, springen dann aber doch durch das Fenster in den Grenzstreifen, als sie Angst haben, entdeckt zu werden. Der Grenzstreifen ist in der Zimmerstraße nicht sehr breit, gerade mal 10 Meter, doch scharf bewacht. Grenzposten entdecken Hubert Kuhlbeik und Peter Fechter und eröffnen ohne Vorwarnung aus zwei Richtungen das Feuer. Helmut Kuhlbeik gelingt es trotzdem, die Grenzmauer mit Stacheldraht zu überwinden, doch Peter Fechter wird getroffen und bleibt schwer verletzt vor der Grenzmauer liegen. Der Fluchtversuch bleibt schon aufgrund der zahlreichen Schüsse nicht unbemerkt. Auf der Westberliner und Ostberliner Seite der Mauer sammeln sich Schaulustige, darunter auch viele Journalisten. Auf der Westberliner Seite kommen Polizeikräfte und US-Militärpolizisten vom nahegelegenen Checkpoint Charlie an den Tatort. Sogar Sanitäter sind da. Peter Fechter ruft um Hilfe, doch niemand wagt es, die Grenzmauer zu übersteigen, um ihm Hilfe zu leisten. Die Angst, selbst beschossen zu werden, ist zu groß. Und zudem haben die US-Militärpolizisten und auch die Westberliner Polizisten die Anweisung, bei Fluchtversuchen erst helfend einzugreifen, wenn die stehende Person auf Westberliner Boden angekommen ist. Und so beziehen die Westberliner Polizisten zwar Stellung und Zielen mitunter mit ihren Pistolen gen Ostberlin, aber sie greifen eben nicht ein. Denn Zwischenfälle, misslungene Fluchtversuche, Schüsse an der Grenze gehörten damals tatsächlich fast zur Alltagsroutine der Westberliner Polizei. Doch der Fall Peter Fechter entwickelte sich anders. Fast 50 Minuten vergehen, bis DDR-Grenzposten Peter Fechter aus dem Grenzstreifen holen. Ohne Befehl eines diensthabenden Offiziers dürfen sie den Grenzstreifen so nah an der Mauer nicht betreten. Und zudem fürchten auch sie den Beschuss, und zwar durch die westlichen Einsatzkräfte. Denn nur drei Monate zuvor war bei einem Fluchtversuch ein DDR-Grenzsoldat tatsächlich bei einem Schusswechsel mit der Westberliner Polizei durch ein Querschläge ums Leben gekommen. Inzwischen stehen fast 200 Menschen auf der Westberliner Seite der Mauer und rufen Mörder, Mörder. Auf der Ostberliner Seite suchen die Befehlshabenden einen Weg, Peter Fechter möglichst unbeobachtet aus dem Grenzstreifen zu holen. Mit Nebelkerzen soll die Sicht auf die Behrung des jungen Mannes verhindert werden. Und trotzdem entstehen zahlreiche Aufnahmen vom Abtransport des sterbenden Peter Fechters. Und diese Aufnahmen machen ihn zu einem der bekanntesten Todesopfer an der Berliner Mauer. Er war seit dem Mauerbau ein Jahr zuvor bereits das 27. Todesopfer. An der Berliner Mauer. Über diese Fotos und auch über andere Bildikonen der Berliner Mauer und des Kalten Kriegs spricht heute Abend Prof. Dr. Gerhard Paul, ein führender Vertreter der Visual History und ein hoch anerkannter Experte. Er war bis 2016 Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Universität Flensburg und war dort auch noch bis vor kurzem als Seniorprofessor tätig. Lieber Herr Prof. Paul, wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und nach dem Vortrag von Herrn Paul werden wir uns dann der Frage nach der Macht der Bilder in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart widmen auf dem Podium. Und für dieses Podiumsgespräch konnten wir die Bildredakteurinnen Barbara Staus und Anke Wellnitz gewinnen, die meine Kollegin Dr. Sarah Bornhaus gleich noch vorstellen wird auf dem Podium. An dieser Stelle möchte ich aber auch Sie beiden schon herzlich willkommen heißen. Bestimmte Bilder werden wir nie vergessen, schreibt Gerhard Paul in seinem Buch Bildermacht. Und ich zitiere weiter, sie brennen sich in unser Gedächtnis ein, sie tun etwas mit uns. Sie sprechen uns an, sie appellieren an uns, sie berühren uns und sie können lügen. Sie machen uns wütend, sie erregen Abscheu und Ekel, sie zwingen uns zum Wegschauen und zum Handeln. Nur wenige Mauerfotos taten und tun dies in einem Ausmaß wie die Fotos vom Tod Peter Fechters. Im August 1962 trugen sie dazu bei, dass es in West-Berlin zu Demonstrationen und sogar zu Ausschreitungen kam. Schon am selben Abend verbreiten sich die Fotos vom Sterben Peter Fechters an der Mauer wie ein Lauffeuer. Gerade in der geteilten Stadt wühlen sie die Menschen auf und fachen den Unmut an, der sich fünf Tage zuvor in West-Berlin bereits zum ersten Jahrestag des Mauerbaus in großen Demonstrationen gezeigt hat. Am nächsten Tag errichten junge Menschen ein Gedenkkreuz am Tal dort in der Zimmerstraße. Mehrere hundert Menschen versammeln sich dort und rufen wieder Mörder, Mörder gen Ost-Berlin. Doch die Wut der Demonstrierenden richtet sich nicht nur gegen die DDR, sondern auch gegen die West-Allierten, insbesondere gegen die USA, die tatenlos zugesehen hatten. Und dies wurde von der Presse durchaus geführt, so titelte die Bild-Zeitung am 18. August 1962, Zitat, Fokus ließen 18-Jährigen verbluten, Amis sahen zu. Am 19. August sammeln sich Demonstrierende wieder am Checkpoint-Schein und ziehen von dort zum Rathaus Schöneberg, wo der Regierende Bürgermeister Willy Brandt versucht, die rund 5.000 Menschen in einer spontanen Ansprache zu beschwichtigen, zu gesänftigen. Danach formiert sich ein friedlicher Protestzug, der auf dem Kuhfestendamm schließlich etwa 20.000 Menschen zählt. Und am Tag darauf, dem 20. August, kommt es wieder zu Protesten und in der Kochstraße, also am Checkpoint Charlie, sogar zur Ausschreitung. Die West-Bänder-Polizisten treiben die Demonstrierenden schließlich mit Wasserwerfen und Gummiknüppeln auseinander. Es kommt zu zahlreichen Festen ab. Am nächsten Tag errichtet die West-Bänder-Polizei sogar mit Stacheldrahtrollen eine 100 Meter breite Schutzzone vor der Mauer, um Demonstrierende von ihr fernzuhalten. Doch die Lage beruhigt sich, sodass die Stacheldrahtsperren zwei Tage später wieder weggerollt werden. Übrigens, Bilder von diesem Auswahl des Stacheldrahts werden gerne auch mal missinterpretiert und werden für den Mauerbau erachtet. Also werden dann zu Illustrationsmauerbaus verwendet. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es lesbiender Polizisten sind. Da müssen Sie mal darauf achten, wenn Sie Bilder zum Mauerbau sind. Die westlichen Stadtkommandanten verständigten sich nach einem Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister auf die Stationierung eines alliierten Ambulanzwagens am Checkpoint Charlie. Das war jedoch nicht viel mehr als eine symbolische Geste, denn auch diese Sanitäter sollten am besten nur auf West-Berliner Gebiet zum Einsatz kommen und anderenfalls den Verletzten tatsächlich in ein Ost-Berliner Krankenhaus bringen können. Der Spiegel kommentierte damals spitz Zitat Ein Ambulanzwagen dient der amerikanischen Armee als neuestes Mittel, um die Moral des West-Berliner Festungsvolkes aufrechtzuerhalten. Und dieser Hinweis auf die Moral der West-Berliner Bevölkerung führt mich zu einer Frage, die Sie, Herr Paul, vielleicht heute Abend beantworten werden. Welche Rolle spielten die Bilder von Peter Fechters Qual von Tod bzw. vielmehr ihre permanente Verbreitung eigentlich für die Aufrechterhaltung dieser Moral, als die Wut der West-Berliner Bevölkerung nachließ und die Mauer immer mehr zur Realität wurde. Und das nicht nur in West-Berlin, sondern auch in der Bundesrepublik und in der westlichen Welt. Schon zu Zeiten der Mauer waren diese Bilder ein Symbol für die Unmenschlichkeit des DDR-Grenzregimes und sie sind es bis heute. Hierzu schreibt Gerhard Paul, da möchte ich noch einmal zitieren, Medialikon publiziert in Ausstellungen, Zeitschriften, Büchern und Fernsehsendungen von denen zunehmend als visuelle Erinnerungsorte, an die sich das Gedächtnis heftet. Zugleich haben sie das Bildgedächtnis in einem bis dato unbekannten Umfang synchronisiert. Das scheint mit der Kern dessen zu sein, was wir am heutigen Abend mit dem Blick in die Vergangenheit, aber auch auf die Gegenwart erörtern wollen. Und so übergebe ich nun das Wort an Sie, lieber Herr Professor Paul, und ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend. Vielen Dank. Applaus Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich trotz dieses Anlasses heute mal wieder in Berlin zu sein. und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Um es deutlich zu machen, ich werde nicht über den Fall Peter Vechter sprechen. Dazu gibt es gute Literatur, dazu ist viel gesagt worden. Dazu kann ich auch nichts Neues sagen, sondern ich beschränke mich tatsächlich auf die Bilder. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt machen wir noch das Großbild. Aha, okay. Dieses Bild des sterbten Peters Vechters aus dem Jahre 1962 würde heute so nicht mehr publiziert werden. Zum Schutz der betreffenden Person des Opfers wurde es allenfalls stark verpixelt, etwa so in Zeitschriften und in Büchern veröffentlicht. Und vermutlich würde auch dieses Bild der Uniformierten, der vermeintlichen Täter, heute eher so aussehen. 1962, als der Springer-Fotograf Wolfgang Behrer diesen Bilder schoss, kannte man solches Trubel noch nicht. Im Gegenteil, es galt als geradezu höchst professionell, ganz dicht ranzugehen und auf diese Weise die Betrachter am Geschehen teilhaben zu lassen. Sie kennen vermutlich viele solcher Bilder aus dem Vietnam-Krieg. Wir sehen hier eine andere Aufnahme von Behrer, auf der er seine rechte Hand, mit der er sich gerade auf der Westseite der Mauer bis zur Mauerkrone hochzieht, mit ins Bild nimmt, während er mit der anderen Hand die Kamera auf den sterbenden jungen Mann mit den Einschusswunden richtet und den Auslöser betätigt. Mit der Hand im Bild beglaubigt der Fotograf die Authentizität der Aufnahme und die Gefahr, in der er sich im Moment selbst befindet. Und wie es sich für einen guten Bildreporter der Zeit gehörte, machte Behrer gleich mehrere Aufnahmen des Sterbenden. Bei den Aufnahmen handelt es sich gewissermaßen um Paparazzi-Fotos, die spektakulär und exklusiv sein sollten. Hier ein Lageplan des Geschenks. Zur Erstehung seiner Aufnahmen hat sich Behrer später so geäußert, ich zitiere, Ich wollte damals zur Bildredaktion an der Kochstraße. Plötzlich peitschten Schüsse. Ich rannte zum Ruimgrundstück an der Zimmerstraße, nichts zu sehen. Ich wollte schon wieder gehen, da sah ich im vierten Stock im Haus, gleich auf der Ostseite, eine alte Frau. Sie zeigte mit dem Finger auf die Mauer neben mir, zog die Gardine aber schnell wieder zu. Ich verstand sofort. Da musste einer liegen. Ich kletterte an der Mauer hoch. Die war damals noch aus Ziegeln gemauert. Obendrauf Muni Eisenstache trat. Da sah ich ihn, ein junger Mann, direkt neben mir. Er fiel von der Seite auf den Rücken. Mit einer Hand hielt ich meine Leica M2 hoch und drückte ab. Ich rannte zu den Amis am Checkpoint Charlie-Bad um Hilfe. Auf Alligierte durfte er nicht geschossen werden. Doch der GI sagte, nicht unser Bier. Scheinbar endlos viel Zeit verging. Ich holte eine Leiter, ein Teleobjektiv, konnte noch fotografieren, wie die vier Grenzer den Toten wegschleppten. Bäras Aufnahmen bestehen aus zwei Perspektiven. Aus den dramatischen Nahaufnahmen der sterbenden Peter Fechters, den Bärer in mehreren Aufnahmen, wie Sie sahen, in seinem Todeskampf ablichtete. Einmal auf dem Rücken liegen, ein anderes Mal in Seitenlage. So wie aus einigen anderen, etwa 50 Minuten später gemachten Aufnahmen mit einem inzwischen besorgten Teleobjektiv, die den Sterbenden und die vier Grenzpolizisten gemeinsam im Bild zeigen. Bäras Aufnahmen waren nicht die einzigen an diesem Tag. Vielmehr war das Sterben des Peter Fechters ein Medienereignis, an dem verschiedene, mindestens fünf Medien und Akteure beteiligt waren, die sich, wie Sie gleich sehen werden, zum Teil gegenseitig ins Bild gelten. Und der Medienereignis verstehe ich ein Ereignis, das eine große Publizität erzielt, das öffentliche Aufmerksamkeit synchronisiert und gemeinschaftsbildend wird, über das gegebenenfalls national oder auch international berichtet wird und das mit seinem Motiv und seiner Ästhetik gegebenenfalls die mediale Routine unterbricht. Wie bei Konrad Schumanns spektakulären Sprung in die Freiheit ein Jahr zuvor, waren bei den Schüssen auch Peter Fechter mehrere Fotografen und zumindest ein Kameramann zugegen. Ein Kameramann, ein Kamerateam mit dem Kameramann Herbert Ernst, dreht aus Anlass des Jahrestages des Mauerbaus in der Zimmerstraße im Bezirk Kreuzberg gerade eine Reportage über die Grenze. Ernst, 1939 in Berlin geboren, hat eine Ausbildung als Fotoassistent gemacht und danach drei Jahre als Kameraassistent von Georg Peter Pahl gearbeitet, der wie kein anderer 1933 die Macht der Kreis von Hitlers im Bild festgehalten hatte. Ab 1961 drehte Ernst als zweigeruflicher Journalist einer internationalen Nachrichtenagentur und auch für andere deutsche Fernsehsender etc. Zu ihm und zu seinem Film möchte ich auf die informative Arbeit von Ernst und Ralf Gründer verweisen, also auf Herbert Ernst und Ralf Gründer, die unter dem Titel »Niemand hat die Absicht...« erschienen ist. Ernst hatte gerade seine Schwenks gedreht, um die Stimmung am Checkpoint-Charlie einzufangen. Nebelschwaden, einer von DDR-Seite gezündeten Tränengasbombe, verriegen ihm, dass in der Nähe etwas Unvorhergesehenes passierte. Er eilte über die Brachfläche vor der Mauer zu einem der Podeste, auf dem schon zwei Polizisten standen, um sich ein Bild von der Situation zu verschaffen, erkannte entfernt noch seinen Kollegen Wolfgang Behrer von der Bild-Zeitung, schob sich an zwei Polizisten vorbei und machte seine 16mm Arriflex-Kamera aufnahmbereit. Auf einer Aufnahme eines amerikanischen Soldaten, die haben wir eben im Eingangsbild gesehen, der vom Checkpoint-Charlie aus das Geschehen fotografierte, ist, so vermute ich, im Hintergrund der Fotograf zu erkennen, oder der Kameramann zu erkennen. Die Haltung deutet zumindest auf einen Kameramann hin. Er kommt nachher noch in anderen Varianten ins Bild. Aber ich sehe ja, wir haben hier etliche Experten, die das wahrscheinlich genau beantworten können, ob er das ist oder ob er das nicht ist. Das ist nicht untypisch, dass sich die Fotografen bei solchen Medienereignissen selbst ins Bild geraten. Ich erzähle dir mal gerne die Geschichte von dem Vietnam-Mädchen Kim Phuc, dieses nackte Mädchen, dieses Napalmädchen, wo sich die Fotografen selbst ins Bild geraten. Da haben 50 Fotografen und Kameramänner ein und dieselbe Szene fotografiert. Sekunden später rannten vier Ostuniformierte mit Peter Fechter aus dem Schatten der Mauer, kommen über den Todesstreifen zum Zaun. Für etwa 40 Sekunden ist zu sehen, wie die beiden Grenzsoldaten den lebenden Körper über den Stacheldraht des Todesstreifens heben. Anschließend der Volkspolizist Heinrich Molatschig den leblosen Körper übernimmt und mit ihm die Charlottenstraße entlang dem Kameramann den Rücken zugewandt in Richtung Schützenstraße rennt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Streifen von Land. Jetzt hoffe ich, dass ihr anstimmt. Nachdem er seine Aufnahmen gemacht hatte, begab er sich mit dem hochbrisanten Filmmaterial zu seinem Auftraggeber, von dem er ein kleines Tageshonorar erhielt. Erst im Nachhinein wurde ihm bewusst, was an diesem Tag passiert war. Er hatte zum ersten Mal als Kameramann den Tod an der Mauer gefilmt. Der Tod von vielen anderen, die Zahl ist vorhin genannt worden, erschossenen Maueropfern seit dem Mauerbau war bilderlos geblieben. Ernstaufnahmen waren bereits am Abend in der Abendschau des Berliner Fernsehens zu sehen. Sie werden bis heute, wie das sich für solche Filme üblich ist, ständig wiederholt. Kein anderes Filmdokument über die Opfer an der Berliner Mauer war vermutlich für die politische Meinungsbildung der westdeutschen Gesellschaft so prägend wie Ernst' Filmsequenz. Die Aufnahmen des Abtransports des lebenden, des leblosen Körpers durch die Charlottenstraße Richtung Norden, also in Richtung Schützenstraße, von Ernst lassen ein weiteres interessantes Detail erkennt. Geschüsse an der Mauer hatten auch etliche Passanten auf der Ostberliner Seite aufgestreckt, die von der Krausenstraße und von der Einfahrt zur Uniondruckerei aus den Transportfechters verfolgen. Eine der Passanten, die Ernst in den Blick gerieten und das Geschehen verfolgten, war die 17-jährige Renate Pietsch, die schon Feierabend hatte und auf ihren Freund wartete. Beide arbeiteten in der nur wenigen Meter entfernten Druckerei des Unionverlags unmittelbar in der Mauer. Wie ernst hatte auch sie die Schüsse gehört. Auf der Aufnahme des amerikanischen Soldaten sind weitere Gaffer im Gebäude des Unionhauses zu sehen. Möglicherweise handelt es sich bei der Person im dritten Stock um den Fotografen Dieter Breitenborn, von dem noch die Rede sein wird. Zumindest ist das die Perspektive, von der aus er seine Bilder geschossen hat. Bei dem Fotografen auf dem Beobachtungspodest an der Ecke Zimmerstraße Friedrichstraße, somit aus leicht erhöhter Perspektive, der das Geschehen festfiel, handelt es sich um den am Checkpoint Charlie stationierten US-Soldaten Donald Mitchell, der zu privaten Zwecken fotografierte und seine Bilder später in einem Album eintrieb. Das Album befindet sich heute in der Sammlung der Stiftung Berliner Mauer. Und schließlich fotografierte auch ein mir unbekannte Angehöriger der Berliner Polizei den schwer verletzten Keter Fechter in fast derselben Perspektive wie Wolfgang Behrer von der Mauerkrone aus. Die Bilder werden auch oft verwechselt. Sowie den Abtransport des leblosen Körpers durch die Zimmer und die Charlottenstraße. Diese Aufnahmen befinden sich heute in der polizeihistorischen Sammlung des Berliner Polizeipräsidenten. Ob es sich dabei um den Polizeiobermeister Harry Bergau handelt, von dem Sven-Felix Kellerhoff und Lars Podakai in ihrem lesenswerten Buch Mord an der Mauer sprechen, konnte ich leider nicht verifizieren. Seit 2011 ist Ernst Filmsequenz allerdings ohne Nennung des Autors, wie die Filmsequenz von der Flucht von Konrad Schumann als Teil der Dokumente über den Bau und den Fall der Berliner Mauer im UNESCO-Weltdokumentenerbe Memory of the World verzeichnet. Neben der Gutenberg-Bibel, Goethes literarischen Nachlass, Bebo, Sneuter, Sinfonie, den Hausmärchen der Gebrüder Krim, dem Nibelungenlied, der Himmelscheibe von Nebra und so weiter. Nachdem Bonesto verzeichnet, soll sich die Originalfilmrolle der Szene mit dem sterben Peter Fechter heute im Besitz von SPIEGEL-TV befinden. Auch eine Aufnahme des Polizeifotografen schaffte es in das renommierte Verzeichnis mehr im Lüften, The World. Bera, Ernst und Mitchell und der Polizeifotograf waren nicht die Einzigen, die das Sterben von Peter Fechter festhielten. Auch auf Ostberliner Seite wurde fotografiert. Dieter Breitenborn arbeitete als Redaktionsfotograf der Zeitschrift Neue Zeit im Union Verlagsgebäude an der Zimmerstraße, Ecke Friedrichstraße. Sie haben das Bild schon öfters gesehen. Hier noch einmal. Obwohl der Chefredakteur des Parteiklattes der Ost-CDU seinen Mitarbeitern die Weisung erteilt hatte, von den Fenstern fernzubleiben, ließen sich einige hiervon nicht abstrecken. So auch Dieter Breitenborn. Dieser war gerade von einem Auftrag zurückgekehrt, als der Fördner des Verlagshauses ihn von der Straße zog. Es werde geschossen, er solle sich in Sicherheit bringen. Breitenborn rannte die Treppen hinauf in den Treppstock, riss das Fenster auf und begann zu fotografieren. Sein Blick auf den am Boden liegenden Peter Fechter, diesseits der Mauer, war unverstellt. Das unterscheidet seine Perspektive von seinen westdeutschen Kollegen. Von seinem Fenster aus konnte er den Abtransport mit seiner Kamera genau festhalten, ohne aber den angeschossenen Größe ins Bild zu bekommen. Er sah, wie zwei Uniformierte vorrückten, die, wie sie sich über den Verletzten beugten und ihn in seine Richtung trugen. Er nahm wahr, wie auf das Wirken der beiden Grenzdruppen gefreiten hin zwei weitere Uniformierte quer durch das Sperrgebiet direkt an die Mauer liefen und Grenzschützer versuchten, mit Nebelschwaden das Geschehen unsichtbar zu machen, was ihnen indes nicht gelangt. Zu viert hatten sie den Verletzten und trugen ihn zum hinteren Stahlgrad. Damit verschwanden sie aus breiten Monster-Legwinkeln. Jahrzehnte später berichtete der Fotograf über die Situation 1962, ich zitiere. Auf der Ostseite der Mauer sah ich die Grenze in Deckung mit ihren Waffen. Ich sah auch, dass da ein Angeschossener an der Mauer lag. Ich holte meine exakte Kleingeldkamera heraus, setzte ein Teleobjektiv drauf und fotografierte. Bei seinen Aufnahmen geriet Breitenborn auch, und ich meine, er ist es, der Kameramann Herbert Ernst ins Visier, als dieser gerade ein Beobachtungspodest etwa fünf Meter hinter der Mauer erklommen, auf dem sich bereits zwei Polizisten befanden. Breitenborn begab sich, so erzählt er später, sofort in die Dunkelkammer, um sein Material zu entwickeln. Bereits nach wenigen Minuten klopfte es bei ihm an der Tür. Er wurde aufgefordert, das gesamte Material der Staatssicherheit auszunehmen. Noch einmal Originalton Breitenborn, Zitat. Ich hatte niemandem erzählt, dass sich da Fotos gemacht hatte, aber noch vor Feierabend wurde der Film eingezogen. Vermutlich, so Breitenborn, mussten auch auf Westverliner Seite Informanten der Straße gewesen sein, die gemeldet haben, dass dort, wie er sagt, jemand etwas aus dem Fenster fotografiert hat. Die Bilder von Breitenborn gelangten erst nach 1989 an die Öffentlichkeit. Sie wurden daher nie so populär wie die Aufnahmen von Bera und von Ernst. Heute befinden sie sich im Archiv des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Neben den Filmaufnahmen von Ernst gelangten zeitgenössisch lediglich die Aufnahmen von Bera, eine gewisse Publizität, so die beschnittene Nahaufnahmen des sterbenden Flüchtlings gleich am nächsten Tag in der Bildseitung und auch die ebenfalls leicht beschnittene Aufnahme, die den Abtransport der Schwerverletzten zeigt, in der Berliner Morgenpost am selben Tag. Die Produzenten dieser Bilder, über die wurde damals nicht geredet, das ist heute anders. Dass die Filmsequenz von Ernst später lange Zeit nicht dieselbe Aufmerksamkeit erfuhr, wie die Fotografien von Bera, scheint eine Vermutung von Susan Sonntag zu bestätigen, wonach es weniger die flüchtigen Bilder des Films und des Fernsehens sind, die sich einprägen und das Gewissen mobilisieren, sondern eher die Stillaufnahmen der Fotografen. Mit der Digitalisierung heute relativiert sich diese Aussage. Nachdem Ernst' Filmsequenz seit 2016 via YouTube und anderen Streaming-Diensten abrufbar ist, dürfte sie nun mindestens ebenso populär sein wie die Stillenbilder von Bera, zumindest bei einem jüngeren Publikum. Ich sah Beras Aufnahmen übrigens erstmals 1962 als Gymnasiast in der Zeitung meiner Eltern in einem kleinen Dorf in Nordhessen. Ich kann mich noch heute genau daran erinnern. Ein Jahr zuvor hatte ich mit großer Anspannung den Mauerbau im Fernsehen verfolgt. Dass Menschen an der Mauer starben, war mir bis dato, wenn ich mich recht erinnere, entgangen. Die Bilder, das weiß ich noch genau, beschäftigten mich damals so sehr, dass ich sie als Zeichnung für unsere Schülerzeichnung kopierte und ein Jahr später mit meinem Onkel aus Nordhessen nach Berlin reiste und dem Gedenkkreuz für Peter Fechter in der Zimmerstraße einen Besuch abstattete. Das hat zumindest ihre Einladung bewirkt, dass mir das wieder im Gedächtnis hochgekommen ist. Es gibt wenige Bilder, die einen solchen starken Erinnerungswerk besitzen, wie die Bilder des Stern und Peter Fechter. Wir nennen sie Ikonen der Zeitgeschichte, besser noch Presse- oder Medienikonen. Ikonen deshalb, weil sie optisch ein historisches Ereignis beziehungsweise eine existenzielle Lebenssituation auf eine einprägsame und einzigartige Weise verdichtet. Wir unterscheiden zwischen Anachronen und Hierchronenikonen. Bei den beiden Aufnahmen von Bera handelt es sich um Anachronenikonen, da sie bereits zum Zeitpunkt ihrer Entstehung größere Publizität besaßen und aus der Fülle der publizierten Pressebilder herausragten. Rein fototechnisch handelt es sich bei den Aufnahmen von Bera um Schnappschüsse, also die Situationsaufnahmen, mithin nicht um Inseminierung für die Kameras, die sie heute zunehmend den Bildjournalismus bestimmen. Dramatisierte Nachaufnahmen der Gewalt, mitten aus einem Geschehen heraus, waren technisch erst mit kleineren und schnelleren Fotoapparaten möglich. Erstmals gegeben hatte es sie im Spanischen Bürgerkrieg. Sie kennen vielleicht dieses Bild, die berühmte Aufnahme des Falling Soldier von Robert Kappa von 1936, 1937 in live publiziert. Mediengeschichtlich standen solche Aufnahmen für Publikationsformate der Massenpresse, die komplexe Situation aufgrund der Aufmerksamkeitsökonomie auf einzelne ikonische Bilder reduzierten. Presseikonen sind Bilder auf einem publizistisch-medialen Träger, die aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften aus der allgemeinen Bilderflut herauskriegen. Diese Eigenschaften gründen in ihrer spezifischen, bildnerisch-ikonischen Kraft oder aber oder und in ihrem symbolischen Mehrwert, der ihnen einen hohen Aufmerksamkeitswert verschafft. Der symbolische Mehrwert solcher Presseikonen besteht darin, dass sie in der Lage sind, über das abgebildete Ereignis hinaus oder die abgebildete Person hinaus eine eigene Geschichte zu erzählen und dabei als Symbol großer Werte und Gefühle erscheinen, wie etwa das Schreckens des Krieges, der Hybris der Technik, des Widerstandes gegen Unterdrückung, der Versöhnung von einstigen Gegnern oder auch, wie in unserem Fall, des Schreckens der Teilen. Es sind gleichsam Schlüsselbilder, mit deren Wiedererkennung bestimmte Erinnerungsgehalte und Geschehnisse und Geschichten aufgerufen werden können, wie ich das ja selber jetzt nach ihrer Anfrage bei mir erlebt habe. Aus kunsthistorischer Sicht und bildwissenschaftlicher Sicht verfügen solche Bilder zusätzlich über besondere medienspezifische und formal-ästhetische Qualitäten, sowie über Affinitäten zu vertrauten Bildern und Ikonografien, die sich zum Teil wechselseitig bestärken, diese Bilder erst befähigen, zu Ikonen zu werden. Die ikonische Kraft solcher Bilder kann in unterschiedlichen bildnerischen Besonderheiten zum Ausdruck kommen, etwa im Vorhandensein einer Gebärdefigur, ich hatte das schon genannt, die existenzielle Gefühle von Angst, Schock und Schmerz und Tod zum Ausdruck bringt, wie bei dem Bild eines Sterbenden oder eines leidenden Menschen das Mädchen sehen wir hier. In einer besonderen Pathos-Formel unserer primär christlich geprägten Bildtradition, wie etwa der Darstellung Marias als Schmerzensgutter mit dem Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus, die sich in zahlreichen Presseikonen des 20. Jahrhunderts wiederfindet oder auch in dem formalen Aufbau eines Bildes. Dass sich ausgerechnet die Aufnahmen von Behr als Schlüsselbilder versterben und Tod an der innerdeutschen Grenze durchsetzen konnten, hatte mehrere Gründe. Zunächst waren es die einzigen Nahaufnahmen des Geschehens. Darüber hinaus war es der formalen Aufbau des Bildes, dass es zur Ikone werden muss. Hierzu hat mein Berliner Kollege Christoph Herrmann, der hier vorne in der ersten Reihe ist und ihn herzlich begrüße, wichtige Aussagen getroffen. Wir haben also hier drei Bildexperten, im Übrigen auch, Herr Hamann, Herr Kellerhoff und da hinten an der Kamera, wenn ich das nicht sehe, Herr Gründer. Ist das richtig? Jawohl. Der Zufall des Belichtungsmoments, so schreibt Christoph Herrmann, und die Professionalität des Fotografen brachten es mit sich, dass der Schnappschuss wie ein komponiertes Bild wirkte. Durch die Nutzung eines Teleobjektives entsteht für den Betrachter der Eindruck, räumlich und emotional ganz nah am Geschehen dran zu sein, quasi beteiligt zu sein. Links im oberen Drittel des Bildes befindet sich das visuelle Zentrum der Aufnahme. In diesem Segment ist Fechters legloser Körper abgebildet, auf ihn zentrieren sich die anderen Bildelemente. Von hier aus zieht sich, so hat Herr Herrmann sehr schön herausgearbeitet, die zentrale Kompositionslinie diagonal durch das Bild. Sie beginnt am Kopf des Offiziers, verleuchtet über Fechters Körper zum linken Arm des Volkspolizisten, rechts und links verlängert sich über sein linkes Bein. Diese Achse wird durch das parallel geführte Maschinengewehr des linken Soldaten verstärkt, das seinerseits über die gestaffelten Standpunkte der Füße der rechten Uniformierten verlängert. Eine solche Bilddiagonale von links oben nach rechts unten wird vom Betrachter in der Regel im Sinne eines spannungsgeladenen Abstiegs wahrgenommen. Also es sind auch formale Elemente, da kann man nachher vielleicht drüber reden, auch mit denjenigen, die mit Pressebildern tagtäglich arbeiten, die zum Teil hunderte von Bildern auf ihre Leuchttische bekommen oder heute auf die Bildschirme, welche Bilder ihnen ja im Bruchteil einer Sekunde ins Gesicht, ins Auge springen. Das sind nicht unbedingt inhaltliche Sachen, das sind oft formale Sachen und das würde mich interessieren, wie Sie das heute betrachten. Die Konzentration aller abgebildeten Personen ist auf den Abtransport des leblosen Körpers gerichtet. Nur die Aufmerksamkeit des Uniformierten vorne rechts ist geteilt, er wendet den Blick schräg nach rechts über die Mauer in Richtung Westverlieb. Dadurch wird diese zentrale Diagonale in den Raum außerhalb der Abbildung verlängert und zugleich die Atmosphäre des Bedrohlichen noch einmal verstärkt, denn der Gesichtsausdruck des Uniformierten ist voll ängstlicher Erwartung. Jenseits der Mauer und außerhalb des Bildes hatten sich im amerikanischen Sektor mittlerweile, wie haben wir es bereits gehört, demonstrierende Berliner und Berlinerinnen versammelt, die mit ihrem Protest mit Sprechchören, die ihren Protest mit Sprechchören wie Mörder, Mörder zum Ausdruck brachen. Das Bild, der Blick des Uniformierten verleiht der Aufnahme damit eine zusätzliche Spannung. Das Foto von Wolfgang Behrer zitiert weiterhin eine im Kontext der Berliner Mauer eher ungewöhnliche Betradition. Die Bergung eines ohnmächtigen Männerkörpers ist in der christlichen Ikonografie, wie Christoph Hamann herausgearbeitet hat, ein feststehender Topos. Zahlreiche Künstler, Sie wissen das, haben sich dem Motiv der Kreuzabnahme oder der Grabregung Jesus Christus gewidmet. Um den Leichnam Christi gruppieren sich bei der Kreuzabnahme immer mehrere Personen. Bei dem Fechterfoto nehmen die beiden Uniformierten links und rechts vorne die Position der Assistenzfiguren wahr. Auch deren Körperhaltung entspricht in einem wichtigen Punkt dem Motiv der Kreuzabnahme. Aus der Kunstgeschichte wissen wir, dass Bilder, gerade auch Fotografien, immer dann besondere Aufmerksamkeit besitzen, wenn sie an solche eingeführten, traditionellen Ikonografien anknüpfen können. Etwas weiteres kam dazu. Beras Fotografie besitzt eine narrative Struktur. Sie erzählt vermeintlich die Geschichte eines sterbenden Opfers und die seiner Täter, die gemeinsam in einem Bild erscheinen. Sie redet ihre Fantasie an, die Fantasie des Betrachters, der Betrachterung. Täter und Opfer sind in diesem Bild nicht mehr nur anonyme Personen, sondern erscheinen mit ihrem Gesicht und damit identifizierbar im Bild, wie übrigens auch in vielen Fotografien aus dem Vietnamkrieg, wo wir Täter und Opfer gleichermaßen im Bild sehen. Allerdings beruht diese Annahme auf einem Fehlschluss, ähnlich wie bei dem Bild des Vietnammädchens. Denn wir glauben vermeintlich, den Todesschützen im Bild zu sehen. Wir sehen ihn aber nicht. Er erscheint, wenn ich es rechte, in keinem einzigen der Aufnahmen. Die Uninformierten auf Beras Aufnahmen haben vielmehr versucht, wenn auch viel zu spät, dem Angeschossenen zu helfen und ihn aus der Todeszone zu tragen. Bei der anderen, eher selten publizierten Aufnahme von Beras, von dem sterbenden Peter Fechter, handelt es sich um einen bewussten Tabubruch, der voyeuristische Bedürfnisse bediente. Entsprach der Blick über die Mauer bis dato der sogenannte Antichoskopie des antiken Dramas, bei der über den Schrecken jenseits der Mauer berichtet wurde, ohne dass dieser Schrecken im Publikum aber selbst erscheinen konnte, so machten die Aufnahmen von Beras erstmals einen unmittelbar unverstellten Nachblick auf das Schrecken jenseits von Mauer und Stacheldraht im Gestalt eines sterben Flüchtlingsmöglichen. Im sicheren Sessel des Zeitungslesers, der Zeitungsleserin, konnte man sich am Schrecken ergötzen, den man gar immer schon geahnt hat. Gleichsam zur Natur von Ikonen der Zeitgeschichte gehört es, dass diese in unterschiedlichen Zusammenhängen zitiert und reproduziert werden. Dies war bei Beras Aufnahmen und im Foto des Polizeifotografen nicht anders. Sie wurden als öffentliche Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum, in der Gedenkstättenkultur reproduziert, auf Buchtiteln oder dreidimensional auch als Skulptur reproduziert, wechselten dabei das Trägermedium oder wurden als öffentliches Re-Enactment, wie in der Performance »The Death of Peter Fechter« des walisischen Künstlers Mark Coop aus dem Jahr 2007 verarbeitet. Ich möchte Ihnen einen kurzen Ausschnitt hier daraus vorspielen. »The Death of Peter Fechter« des walisischen Künstlers Mark Coop aus dem Jahr 2007 verarbeitet. Ich möchte anmerken, dass fast alle Ikonen der Zeitgeschichte in der Zwischenzeit in solchen Re-Enactments nachgestellt worden sind, im öffentlichen Raum, zum Teil mit lebenden Bildern, zum Teil im Film, zum Teil in der Fotografie. Es sei angemerkt, dass der Fall des angeschossenen Peter Fechter kein besonderer Fall, und Sie haben es schon gesagt, Frau Mulder, an der innerdeutschen Grenze war, sondern ernst durch die veröffentlichten Bilder zu einem solchen wurde. Ein Vergleich mit einem anderen tödlichen Fluchtversuch, der ähnlich dem Peter Fechters verlaufen war, kann die Prägekraft des Visuellen für die öffentliche Wahrnehmung deutlichen. Am 9. Dezember 1961 war in Berlin Starken der Fluchtstudent Dieter Wohlfahrt in den Grenzanlagen angeschlossen worden. Er lag 90 Minuten im Stacheldrag und verblutete dann dort. Fotos und Filmaufnahmen von seiner gescheiterten Flucht gibt es nicht. Ein öffentliches Interesse und ein dauerhaftes Erinnern, wie im Fall des Peter Fechters, blieb daher aus. Also da sehen Sie, würde ich sagen, auch diesen Zusammenhang. Es kommt eigentlich nur das in unser Gedächtnis, was uns wirkt, wie als Bild, wie wir das nicht unmittelbar erlebt haben, was wir als Bild auch wahrnehmen. Zur Ikonografie des Kalten Krieges, in die sich diese Aufnahmen eintragen. Beide Aufnahmen von Bera und auch die des Polizeifotografen fügten sich ein in eine bekannte Ikonografie des Kalten Krieges, gaben dieser zugleich aber auch neue Akzenten. Erstmals schauten mit in die Betrachter durch den Stacheldrag, der auf beiden Aufnahmen deutlich erkennbar ist, auf die andere Seite der Mauer, ins Innere eines barbarischen Geschichts. Als mit hoher Assoziationskraft ausgestattete Symbole der Teilung und der Kontrolle fungierten Stacheldrag und seit einem Jahr nun auch die Mauer als Weg und Orientierungsmarkt, als Grenz- und Höhenlinie auf der mentalen Karte der Wahrnehmung. Sie waren Markierungen von Gut und Böse, von Demokratie und Unterdrückung, von Leben und Tod. Ikonografisch waren Stacheldrag und Mauer Massensymbole, die bereits lange vor der deutschen Teilung existierten und das 20. Jahrhundert als Jahrhundert der Gewalt und der Extreme konnotierten. Lange bevor sie zu Bestandteilen der bildpropagandistischen Auseinandersetzung um die innerdeutsche Grenze wurden, waren sie Ausdruck von Realerfahrung, von Frontsoldaten, von KZ-Häftlinge und sowjetischen Kriegsbefangenen gewesen. Dementsprechend handelt es sich bei ihm auch später nie nur um wertneutrale Darstellungselemente, sondern immer schon um Bilder mit spezifischen Emotionen und einer eigenständigen Aura. Also Stacheldraht hatten viele der Zeitgenossen selbst erlebt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Als Produkt des industriellen Zeitalters hatte sich der Stacheldrag früh in den Leitschatz der Menschen eingeschrieben. In Grafik, Literatur und Film war er spätestens seit dem Ersten Weltkrieg präsent. In der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg bildete der Stacheldrahtzaun, hinter dem ausgemerkte Menschen auf die Befreiung warteten oder dem Tode entgegensagen, eines der häufigsten verwendetsten Motive in Fotografiefilmen, Malereien und politischer Grafik im Plakant. Während die Ikonografie des Stacheldrahts in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch eng mit dem NS-Regime verknüpft war, begann mit der deutschen Teilung Bilder von kriegsbefangenen Lagern mit Stacheldrahtmotiven, zunehmend die Bilder der bisherigen Erinnerungskultur zu überlagern. Visuell rückte damit auch die Dimension des Kulak in den Blick. Im Kampf um Wählerstimmen führten die politischen Parteien der Nachkriegszeit das Motiv des deutschen Kriegsgefangenen in der Stacheldraht parteiübergreifend in ihre Bildsprache ein. Damit nahmen sie eine Visualisierungspraxis der NS-Propaganda wieder auf. Sie sehen hier, so sahen Plakate von SPG, CDU oder auch von anderen Akteuren damals auf. Auf etlichen der damaligen Plakate erschien die Sowjetunion als durch Hammer und Sichel gekennzeichnetes, beziehungsweise als durch Wachtturm und Stacheldraht vom Rest der Welt abgeschirrtes fieses Lager. In diese kriegsbefangenen Ikonografien bezog man seit 1947 die Darstellung der Zonengrenze beziehungsweise gleich der gesamten sowjetischen Besatzungszone ein. Die Stacheldrahtsymbolik und die damit verbundene Negativkonnotationen wurden auf den politischen Raum der sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR und schließlich auf den gesamten Ostblock übertragen, wie auf dem Plakat Stalins Opfer Marken hier rechts entdeckt. Auf dem die DDR als dunkle durch Stacheldraht strukturierte Fläche und damit als riesiges Lager dargestellt ist. Im weiteren Verlauf seiner Verwendung wurde der Stacheldraht zu einer allgemeinen Metapher für politische Gewalt, welche die Kriege und Katastrophen des 20. Jahrhunderts miteinander verbaut. Stacheldraht und Wachtturm, so hat es ein Kollege einmal genannt, sind heute sowas wie die antikommunistischen Schiffen schlechthin. Wachtturm, Mauer und Stacheldraht fügten sich sprachlich und im Begriff des Eisernen Vorhangs zusammen. Ein Begriff, der seit 1920 die noch immerhin mehrere Grenzlinien zum bolschewistischen Russland bezeichnete und 1945 auch von Goebbels benutzt worden war, der von einem Eisernen Vorhang warnte, der nach einer militärischen Niederlage des Deutschen Reiches über Europa niedergehen werde. Bilder der westdeutschen Grenzinformation stellten den Eisernen Vorhang in den 50er Jahren gern als ein System von Wachtturm und Stacheldraht dar, um Assoziationen mit Kriegsgefangenen oder NS-Konzentrationslagern zu wechseln. Seit 1961 löste das Symbol der Mauer zunehmend das des Wachtturms ab. Wolfgang Wehrers Aufnahmen des sterbenden Peter Vechter verband damit auf eindrucksvolle Weise das bisherige Symbol der Stacheldrahts mit dem der Mauer. Dass die von Ulbricht gebaute Mauer als Damm gegen die Rote Flut in den Köpfen der Deutschen seit 1918-19 verankert war, möchte ich hier nur nebenbei ermerken. Die Berliner Mauer war eben nicht einfach nur eine ostdeutsche Gefängnismauer, sondern, wie dies Klaus Tebeleit schon vor Jahren zugespitzt formuliert hat, eine Zitat tiefgemeinsame ostwestdeutsche Co-Produktion notwendig auf beiden Seiten zur Abschweitung des jeweils tief verdrängten. Also bevor die Mauer real errichtet wurde, war sie mental auf westdeutscher Seite von CDU, SPD und Co. längst gebaut worden. Den Bürgern der Bundesrepublik sollte mit den Bildern von Mauer und Stacheldraht vor allem die Überlegenheit des eigenen politischen Systems demonstriert werden. Die Menschen jenseits des eisernen Vorhangs liegen für die meisten Bundesbürger indes eigentümlich konturlos. Wenn sie überhaupt einmal ins Bild gerieten, erschienen sie allenfalls als gesichtslose Masse oder als Schattenrisse, kaum einmal als konkrete Menschen. Das änderte sich mit den Aufnahmen des sterbenden Peter Vechters. Die bislang eher abstrakte und anonyme Ikonografie des Kalten Krieges erhielt mit ihnen konkrete Gesichter, sowohl des Opfers als auch der vermeintlichen Täters. Dass Beras Aufnahmen in der Presse schnell zu Referenzbildern der deutschen Teilung wurden, überrascht somit nicht. Ganz in diesem Sinne wertete der Spiegel die Bilder, Zitat, als Symbol des brutalen Grenzregimes und schrieb die Welt. Beras Aufnahme sei also, Zitat, Ikone der Unmenschlichkeit des SED-Regimes. Das ist ein Symbol für die Verachtung des Freiheitswohnens von Menschen. All dies war letztlich nicht unproblematisch. Also sie veröffentlicht solche Bilder, waren nicht unproblematisch. Mit den Bildern von Stahltrag und Mauer und auch dem Bild eines an der Mauer Verklugenden propagierten die westdeutschen Medien, die via Fernsehen ja auch Millionen DDR-Würde erreichten, sicherlich und natürlich gegen jede Absicht zugleich immer auch die Absteckungs- und Drohbilder des DDR-Regimes. Also diejenigen, die nicht entlang der Sperranlagen, beziehungsweise der Sperranlagen lebten, beziehungsweise sie als Flüchtlinge real überwunden hatten, Kartenstacheltrag und Mauer nur als Bilder aus den Medien, somit als visuelle Konstruktion. Es ist interessant, dass solche Bilder in der Entspannungspolitik, in der Entspannungszeit der Ära Brandt dann immer seltener publiziert wurden. Anders als die bilderlos bleibenden Mauermorde zuvor, lösten die Berichte über den Sternen von Peter Fechter, und sie haben darauf hingewiesen, und ich will es nicht nochmal wiederholen, angeheizt auch sicherlich durch die Presse, ein Sturm der Empörung und des Protests in Berlin aus, der sich gegen die DDR und ihr Mauerregime, sowie gegen die Alliierten nicht da. Sicherlich, und ich gehe davon aus, dürfen die Aufnahmen, die Filmaufnahmen von Herbert Ernst und die Fotografien, insbesondere von Wolfgang Behrer, hierfür ausschlaggebend sein. Seien, dass sie das Sterben eines Mauerflüchtlings hautnah erleben ließen, solche Bilder hatte man in Berlin vorher noch nicht gesehen. Ohne das jetzt zu wiederholen, ich zeige Ihnen einfach nochmal einige dieser Bilder, die dann in den nächsten Tagen entstanden und für die ich tatsächlich diese Bildberichterstattung verantwortlich machen möchte. Ja, und heute, was ist mit den Bildern heute? Längst zirkulieren die Aufnahmen vom Sternen und vom Tod des Peter Fechters für jeden nutzbar, global, auch im Internet, und werden dort für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt. Dies gilt, wie wir sahen, auch für Herbert Ernst, kurze Filmsequenz, die Sie sich ja heute auf YouTube anschauen können. Per Mausklick sind die Bilder vom Geschehen für jedermann, auch für Privatleute, bei den großen Bildagenturen abrufbar. Die Erinnerungskultur hat eine digitale Variante bekommen. Was das langfristig bedeutet, darüber lässt sich spekulieren, und das können wir nachher gerne tun. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.